Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joke Craft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Deck 12. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute werden wir eine Rube Goldberg Maschine bauen. Das ist sowas hier zum Beispiel. Da drückt man auf den Knopf, dann passiert das, dann passiert das. Die Items gehen dahin, dann passiert das, dann passiert das. Und, oh, bitte den Kanal abonnieren und like das Video. Also, die Idee ist, dass man einen Knopf drückt und dann passieren ganz viele Kettenreaktionen und am Ende passiert irgendwas. Und das wird, glaube ich, ich glaube Ruby, oder? Ist das Ruby? Egal. Schreibt mir nochmal den genauen Namen in die Kommentare, damit ich es lerne. So, und das bauen wir. Und was am Ende passiert, seht ihr dann am Ende. Es wird lustig. Garantiere ich euch. Aber jetzt bauen wir das Ding erstmal. Wenn man so eine Maschine baut, dann ist es immer sinnvoll, dass man von hinten nach vorne geht. Das heißt, wir fangen mit dem an, wie das Ding enden wird. So, Fuchsel ist auch mit dabei. Hallo Fuchsel. Fuchsel ist wieder raus. Okay. Okay. Diese Druckplatte ist später wichtig. Denn hier soll sich jemand draufstellen und der soll dann später Items bekommen, die dann da vorne in dieser Kiste drin sind. Und die Kiste soll quasi ihm auf den Kopf fliegen. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Knopf drücke, dann geht das hier so durch. Check. Und die Kiste fliegt mir auf den Kopf. Das sieht sehr witzig aus. Top. Funktioniert. Und dann kriegt man die Items. Geil. Also das ist später die Idee. Das heißt, das hier ist am Ende der Output. Der Output ist, dass hier ein Minecraft ist und die Items fliegen dann dort auf den Kopf. Okay. Wunderbar. So. Dann machen wir das einmal weg. Der nächste Trick ist, jetzt zu gucken, wie wir das miteinander verketten. Ich mache mal kurz dieses Redstone weg. Ich weiß hier, das ist mein Ende. Wenn wir zum Beispiel jetzt einen Observer hier haben, dann könnten wir hier eine Art Wasserstraße machen, die ausgelöst wird. Weil zum Beispiel ein Dispenser irgendwie Wasser auskippt. Ein Moment. Dann die nächste Sache. Mal so ein bisschen überlegen, dass man hier irgendwie so Strom reinleiten kann. Dann läuft der Strom hier so in einer Spirale durch. Dann stört das Wasser. Das spült den ganzen Strom weg. Und gleichzeitig aktiviert es auch da vorne den Strom hier. Und das würde dann am Ende zu dem Minecraft führen. Das ist eine witzige Idee. Das Ding ist, Ruby heißt die, glaube ich. Ruby Goldberg Maschine. Irgendwie komisch. Komischer Name. Es sollte eigentlich nur einmal funktionieren. Das ist so ein bisschen die Idee. So wie Domino, quasi in Minecraft. Man muss es ein bisschen vorsichtig aufbauen, sodass es am Ende auch gut funktioniert. Ich glaube, es ist ziemlich cool, wenn wir das hier so ein bisschen größer sogar machen vom Aufbau her. Und dann ist es nice. Als nächstes könnten wir sowas hier machen, wo wir einen Amos-Tint einfach hin und her schleudern über Eis. Okay, das sieht ganz gut aus. Bis hierhin kommt er allerdings nicht. Das heißt, wir müssen den Weg noch mal ein bisschen verweitern. Aber hier schafft er, hier schafft er, schafft er, schafft er und landet auf der Druckplatte hier. Und damit würde er quasi den Dispenser auslösen, der später hier Wasser feuert. Okay, sehr cool. Ich schieße ihn allerdings dann lieber von hier, also von irgendeiner Position, wo es auch schaffbarer für den Amos-Tint ist, ins Ziel zu kommen. Und dann geht es weiter. Dann wollen wir die nächste Maschine. Nice. Als nächstes machen wir die gute alte Flying-Maschine. Das heißt, wenn das hier aktiviert wird, dann geht die Flying-Maschine mit dem letzten Block hierher, zieht auch noch so eine witzige Dirt-Line hinter sich her. Das ist so ein bisschen die Idee. Und wie ihr seht, aktiviert den Kollegen hier. Wunderschön. Ich würde es sogar eher machen, dass sie es so macht. Das ist, glaube ich, ein bisschen cooler. Und dann aktiviert sie den da. Okay, resetten wir mal ganz kurz eben. So, einmal reset bitte. Wunderbar. Und es geht weiter. Servus, Fuchsel. Schön, dich zu sehen. Hi, grüß dich. Hallo, hallo. Fuchsel hilft mir ein bisschen bei den Items. Und ich habe mir das nächste überlegt, was passieren wird. Und zwar das hier. Guck mal, wenn ich jetzt in eine Fackel wacke, gehen wir zur Seite. Achtung. Drei, zwei. Nicht, dass uns nachher die Decke auf den Kopf stürzt. Funktioniert es. Perfekt fällt runter. Strom geht dann hier an und würde jetzt die nächste Maschine aktivieren. Und Fuchsel, du hast Pfeile mitgebracht. Targets und Dispensern, ne? Genau. Hier einmal. Zack. Okay, da habe ich eine Idee. Und zwar, guck mal, das hier mit den Dispensern. Die Idee ist quasi, ich mache das absichtlich mal mit der blöden Glock. Bist du bereit? Mal gucken, ob es funktioniert. Drei, zwei, eins. Go. Let's go. Klick, 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 klick. Wunderbar. Kommt da vorne an, wie du siehst. Geil. Funktioniert. Ja, nice. Super. Dann füllen wir die Dispenser nochmal kurz eben auf. Das hier wird einmal kurz resetet. Und dann ist die Anlage hier auch scharf. Das heißt, einmal kurz eben alle Dispenser wieder quasi müssen. Ich glaube, so 16 Pfeile haben, dann ist das fein. Oder ich glaube, es reicht aus, wenn in jedem Dispenser vier Pfeile drin sind. Die verschießen so krass nicht. Lass mal vier Pfeile in jedem Dispenser tun. Dann passt es. Gut. Und eine Sache würde ich noch bauen. Und dann kommen wir am Ende hier runter. Okay. Eine Sache fehlt noch. So. Und jetzt haben wir das Ganze angeschlossen. Ich habe nochmal hier so eine kleine Wave erzeugt. Das heißt, wenn jetzt Klümm hier steht. Und jetzt auf diesen Knopf drückt. Dann. Tchik, 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 tchik. Sieht das geil aus einmal. Und hier geht es dann dahin. Ja. Top. Perfekt. Dann stellen wir jetzt alles scharf und bereiten uns vor. Ich habe den kleinen Counter gebaut. Ich habe noch diesen Item Counter gebaut. Und hier musst du vier Dias in die Barrel legen, um was zu erhalten. Also vier Dias geht jetzt nicht, sondern Redstone Dust, weil die Dias noch nicht eingerichtet sind. Oh, man hört sogar eine Musik. Doodle Ding. Ja. Hä, wie cool. Und dann kriegst du eine Schaufel. Nur eine Schaufel. Ja, genau. Ja, das ist mein Shop. Ich kann dir gerne mal erklären, wie er funktioniert. Aber der funktioniert noch nicht quasi. Okay, gerne. Also du kannst hier da drangehen. Dann kriegst du eine Schaufel. Du siehst, die hat wenig Haltbarkeit. Ja. Wie viel hast du bekommen? Oh mein Gott. Drei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann kannst du mit der Schaufel hier dreimal buddeln. Ist das geil. Ist das eine geile Idee. Hier, also die ist von Hermitcraft. Von Hermitcraft ist es neun. Also ist es fünf, sechs Jahre her. Ja. Aber die Idee habe ich noch ein bisschen ausgebaut. Also hier gibt es noch ein Secret zu. Aber das kann ich jetzt noch nicht spoilern. Das Ding ist, du könntest jetzt hier quasi dreimal buddeln, um halt einen Schatz zu finden. Oh, Checke. Wie genial. Egal. Okay, verstehe. Und hier ist irgendwann statt zwei Graben und pro Dings darf man dreimal buddeln und dann muss man sich das neu kaufen. Es gibt verschiedene Schaufeln. Es gibt Schaufeln mit mehr Haltbarkeit, mit weniger. Es gibt auch vielleicht so eine Eisenschaufel, die irgendwie zehn Haltbarkeit hat oder so. Uh. Aber ja, hier kannst du verschieden oft buddeln und es wird dir mehrere Schätze geben. Und einen quasi, einen Hauptpreis, einen zweiten und einen dritten Platz sozusagen. Krass. Du musst danach auch nichts wieder herstellen. Das heißt, das hier wird immer ausgegrabener sozusagen. Das ist mega, mega smart. Klüm. Da habe ich die letzten Tage dran gearbeitet, ja. Du bist ein guter Freund. Ich finde dich nett, aber du heute siehst so richtig scheiße aus. Das ist so eine Kacke, aber auch. Ja, es ist, äh. Ja, Fuchsel hat mir ein Diorite's Head mit Curse of Binding aufgesucht. Guck mal auf meine Tode. Ja, ich weiß, ich weiß. Wir wollen, dass du Postmortal gehabt hast. Deshalb hat er mich schon gewundet. Ja. Der wurde ich einfach umgeklatscht. Ich komme auf den Server und werde einfach ohne was getötet. Das ist sehr ärgerlich. Das, warum nicht komplett? Wieso denn nur das Tode? Ich hätte das Tode schnell genug aus der Hand legen müssen, wirklich. Dann wäre es jetzt vorbei gewesen. Kannst du nicht so eine, keine Ahnung, so eine überkomplizierte Redstone-Maschine bauen, die mich tötet am Ende? Klüm, du willst also jetzt endlich deinen Diorite-Kopf weghaben, oder? Du hast eine Helmentfernungsmaschine gebaut in Redstone, oder? Ich habe eine Redstone-Helmentfernungsmaschine gebaut, die nichts anderes macht, als dir diesen Helm wegzunehmen. Bist du glücklich? Ja, total. Ich dachte schon, ich müsste sterben. Aber mit deinem Redstone-Können geht es auch so bestimmt. Es war super aufwendig, die zu bauen. Es gibt sogar Publikum, was zugucken möchte, wie das geht. Oh, hallo! Hallo! So viele Intervention. Okay, alles, was du tun musst, ist, du musst auf diesem einen Dings stehen. Stell dich mal gerne da drauf. Kannst dich schon draufstellen. Okay. Genau. So einfach draufstellen. Genau, perfekt. Jetzt darfst du einmal lächeln, kannst die anderen angucken und lächeln. Und bitte noch kurz warten. Du darfst dich jetzt nicht bewegen während der ganzen Sache, okay? Weil die Maschine muss arbeiten und operieren und die sorgt dafür, dass am Ende dann quasi, dass dein Kopf nicht mehr da dieses Diorite drauf ist. Gut, oder? Okay. Okay. Und Fuchsel? Aber ich kann rumfliegen sozusagen. Du darfst mit deiner Freecam natürlich rumfliegen, um das zu zeigen. Und Fuchsel, du darfst jederzeit, wenn du bereit bist, auf den Knopf drücken und die Verursacherin sein für die Folge von Dingen, die passiert, wenn du auf diesen Knopf drückst. Und ja, wenn du bereit bist, Fuchsel, viel Spaß. Okay, Klim, bist du bereit, deinen Diurekopf zu verlieren? Ja, ich wollte gerade sagen, also, ja, klar. Nein, bist du ready? Ja, nee, ich bin bereit. Drei, zwei, eins. Oh, das geht da halt lang. Ui. Uu, 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 uu. Hola. Ah, okay. Toll. Das ist ja besser als der Olympia-Eröffnung. Oh, das geht runter. Oh, da fährt was. Chuchu. Das ist so cool. Wahnsinn. Oh, der Armour-Stand. Ja, der hat dann gleich deinen Kopf auf, keine Panik. Oh, das ist clever. Ja. Sehr gut. Wir müssen ihn ja transferieren, so. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Der Kopf ist, also der Kopf ist ab. Das ist aber noch die Aufgabe, oder? Also der Kopf ist weg, ja. Seine Items auch. Hallo, hat's funktioniert? Ja, es hat super funktioniert. Oh, was ist das denn? Hat's geklappt? Wie sehe ich aus? Hä? Äh, viel, viel besser. Viel. Hallo, hat's geklappt? Hey, wo bist du? Ähm. Hat's geklappt? Ich, ähm. Ich weiß nicht, ob es vorher schön war oder hinterher. Mann, jo, ich denke, dass jemand auf den Kopf geschissen hat. Es ist nur schlimmer geworden. Aber Klüm ist doch besser, wenn's dir beschissen geht, als wenn du beschissen bist, oder? Ja, hast du immer auf meinen Kopf geguckt, JoCraft. Guck dir das doch mal an. Das ist doch richtige Scheiße da drauf. Ich übe noch. Wir kriegen das hin. Der nächste Prototyp wird besser funktionieren. Oh Gott. Mann, das ist wirklich weg. Ähm, Klüm? Kannst du mir eine Dusche bauen, jo? Schlechter Moment, aber könntest du mich bitte bewerten auf einer Skala von 1 bis 10? Für die zufrieden bist du mit den Kundenleistungen dieser Dienstleistung? Wie zufrieden, ich nehme mir, hast du meinen Kopf angeguckt? Naja. Also. Vielleicht hilft da ein bisschen Lametta. Sieht schön aus. Ein bisschen Mucke, Spuke, Rolle, weiße Klebeband und dann wird er schon, ne? Mann, auch mein, guck mal, mein Bart, meine ganzen Haare sind voll verklebt, weil ich die ganze Zeit in diesem Kopf aufhatte. Ähm, wir könnten ja so ein Curse of Binding Kürbis holen, der könnte dagegen was machen. Ich werde da noch so ein Diorit. Können Sie mir eine Dusche bauen oder so? Ich kann ja, obwohl so passt das schon zu Nuka-Cola auch. Ja, mega. Du bist einfach die Werbefigur von Nuka-Cola. Wartenbotschafter. Gönn dir. Geh mal da rein. Geh rein. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Die Idee ist wirklich gut. Warte. Die Idee ist verdammt gut. Nein, 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 stopp, 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 warte, 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 die Idee... Warte, warte, die Idee, die Fuchse da hat, ist wirklich echt gut. Ich bin besser als normal. Entschuldigung mal bitte hier im Chat. Klim, bleib mal bitte stehen. Bitte warte. Wichtig, stell dich da drauf. Ja. Wichtig, stell dich drauf. Hier in die Mitte. Auf das X. Irgendwie ist es trau... Ich weiß nicht. Komm, du willst nicht sterben. Versprochen. Mhm, komm. Ich dachte gerade Bone Meal, dass wir hier ein bisschen deinen Kopf bone mealen, dass es nachwächst. Nee, dank dir. Fuchs, du, was? Du wirst nicht sterben, hast du gesagt. Ja, vielleicht wächt ich das jetzt ab. Kannst du mich... Ich will bitte wirklich nicht sterben. Warte, nein, du musst noch mehr wächteln. Nein, nein, es geht... Wir machen es mal richtig. Ich glaube, ich glaube... Pass auf, pass auf. Die Idee war nicht schlecht, die Fuchse da gerade hat. Komm mal her. Kannst du nicht eine große Waschmaschine in Redstone bauen, dann gehe ich da rein oder so? Ach... Eben eine Waschmaschine bauen? Okay, wir bauen eben eine Waschmaschine für Klümmen. Ja, nicht eben, so generell vielleicht... Also nicht heute, sondern... Allgemein. Also ich denke mal, das dauert ja länger. Ich muss ja jetzt ein bisschen mit den Haaren rumlaufen. Achso, du möchtest mit den Haaren... Okay, okay, pass auf. Dann machen wir folgendes. Dann baue ich für dich nochmal eine Waschmaschine. Sag mal, Kroko? Was hat Kroko gemacht? Kroko, was soll... Was sagst du da vor? Naja, du bist halt sowas... Wie er es gesehen hat, Alter. Wie das Maskottchen jetzt. Hm. Du siehst aus wie ein Wikinger. Würde ich so unterschreiben. Smart, Klümm. Smart. Sehr smart. Oh mein Gott. Smart gemacht. Ich gebe jetzt mal keinen Kommentar dazu ab. Kannst du was Nettes sagen vielleicht, bitte? Ich bin ja schon aus wie ein Wikinger. Was Nettes sagen. Ja, finde ich auch. Vicky, bist du es? Ey, Marf! Okay, sorry. Sehr geil. Das verstehen jetzt nur zwei Prozent der Leute, die zuschauen. Okay, dann... Aber ich hoffe, du bist zufrieden mit der kleinen... ...Ruby Gold-Maschine. Und wir können gerne sowas nochmal wiederholen. Und dann vielleicht zum Waschen von Klümm, okay? Ja, also so eine Waschmaschine wäre lustig auch. Vielleicht... Also das muss ja irgendwie weggehen, weißt du? Nein, ich überlege mir was. Na dann, hau rein! Vielen Dank für die Maschine, Jo. Das war super. Tschüss!